Hey, nachdem wir das Deck geschrubbt haben, geht es jetzt, ach ne, nicht an die Süßigkeiten, es geht dabei, jetzt hier die Segellatten zu erneuern. Und zwar trennen wir erstmal auf bis ungefähr hier und damit uns nicht wieder eine Segellatte rausrutschen kann, wird einfach dieser ganze Teil neu gemacht. Und dazu gibt's Party. Mensch, ich wollte euch auch mitnehmen. Jetzt habe ich schon fast alles fertig. Also diese eine Segellatte, die haben wir jetzt schon abgetrennt, die wir repariert haben oder die Felix repariert haben, als wir hinter Ibiza gesteckt haben, weil die ist ja raufgerutscht. Und hier habe ich jetzt aufgetrennt und das heißt, ich nehme jetzt dieses zweite kaputte Teil raus und dann tauschen wir das einfach aus. Und ich muss sagen, es macht richtig viel Spaß, einfach auch mal so eine Arbeit zu machen, nicht nur segeln, sondern auch so ein bisschen das Drumherum zu machen. Das ist cool. Ja, wir trainieren später noch und... Ey, was soll ich sagen, ich bin gerade in La Linea, ein Baigibreiter in Südspanien und reparier einfach ein Segel. Wie fancy ist das? Yay, wir are continuing down here with our Stitchings. Und ja, wir machen einfach hier unten weiter mit unseren Segelsachen. Und Michelle hilft fleißig mit. Und Michelle ist viel zu helfen, richtig, Felix? Ja, so helpful. Yay, teamwork macht es dream work. Ich habe die Personal Handwriting geöffnet. Okay, und ich muss es aufhören, und ich muss es aufhören. Woohoo! 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 Woohoo!